Nur so haben Sie Beamte und Behörden im Griff. Nutzen Sie diese halbautomatische Waffe im Kampf gegen Behörden, Beamte und Sachbearbeiter. Meine Software, der Antragsmanager. Damit bekommen Sie Ihre behördlichen Angelegenheiten in den Griff und Ihre Gegner klein. Denn einen Antrag zu stellen, gehört zu den durchschlagendsten Waffen, die Sie als Bürger hemmungs- und erbarmungslos einsetzen können. Der Bundesgerichtshof hat schon 1954 festgestellt, dass Anträge von Beamten zeitnah beschieden werden müssen. Mit diesem Windows-Programm, der Antragsmanager, können Sie sich gegen die behördliche, juristische und rechtliche Willkür erfolgreich wehren. Dieser elektronische Helfer ist Ihr unentbehrliches Werkzeug, damit Sie sich in unserer Demokratie Recht verschaffen können. Der Antragsmanager, der Antragsspezialist für Ihren PC, greift Ihnen unter die Arme, auf vielfache Weise. Nutzen Sie einfach die vorbereitete Antragsvorlage. Damit schützen Sie sich vor Fehlern bei der Formatierung, dem Layout, der Formulierung, der Ausführung und der wichtigen sachlichen Begründung. Formulieren Sie damit Ihre Anträge bei Ämtern, zum Beispiel der Kreis-, Finanz- und Stadtverwaltung oder bei Behörden, etwa Zivil- oder Strafgerichten. Sofort richtig. So sind die Paragrafenreiter gezwungen, Ihren Antrag auch wirklich zu bearbeiten. Agieren Sie in den gesamten Beschwerdeinstanzen erfolgreich, mit sachlich gestellten Anträgen zu Ihrem streitigen Verfahren. Stellen Sie eigene Anträge aus praxiserprobten, vorbereiteten Antragsvorlagen. Die passen Sie für die verschiedensten Sachbereiche einfach an. Angefangen vom Amtsgericht über die Bußgeldsachen, eidesstaatliche Versicherung, dem Finanzamt, dem Finanzgericht, der Finanzkasse, der Oberfinanzdirektion, dem Petitionsausschuss im Land oder Bundestag, bis hin zu Versicherungen, Zwangsversteigerungen, Zwangsvollstreckungen und so weiter. Katapulsieren Sie unfreundliche und unsachliche Beamte und Sachbearbeiter mit Dienstaussichtsbeschwerden aus dem Verfahren. Oder machen Sie sie dadurch zu freundlichen, hilfsbereiten Gesprächspartnern. In der Windows-Software der Antragsmanager ist ein Texteditor enthalten. Mit dem können Sie Ihren Antrag mit Hilfe einer vorbereiteten Vorlage auf Ihren Sachvertrag anpassen. Sie sind damit in der Lage, die laufenden behördlichen Verfahren, die gegen Sie geführt werden, beeinflussen zu können. Zur Erstellung cleverer Anträge erhalten Sie kostenlos auf CD-ROM oder im Paketset beim Download zusätzliche pfiffige Tipps und Tricks. Mit denen können Sie den Mitarbeitern in den Behörden bei ungerechten Behandlungen das Leben schwer machen. Mit diesem Wissen werden Sie schneller erfolgreiche, sachbezogene Anträge formulieren und erstellen. Und über den Antragsmanager sogar fast mühelos. Weitere kostenlose Informationen über den Antragsmanager finden Sie auf der Erfolgs-Online.de. Ihr Wolfgang Rademacher. Und denken Sie daran, niemals aufgeben. Bleiben Sie stark!